So, hi. Schön, dass du hier bist. Wir planen heute deinen Junggesellen-Abschied. Ja, das erste Mal wahrscheinlich. Kleiner Joke am Rande. Okay, bist du denn schon aufgeregt? Gut, ich kann dir schon mal versichern, es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Wir finden schon eine Lösung für deinen perfekten Junggesellen-Abschied und du wirst ihn lieben. Also, mach dir da keine Gedanken. Das kann schon schief gehen. Na gut, also, du hast wahrscheinlich noch gar keinen Plan, wann der stattfinden wird, wer dabei sein wird, alles. Nein. Gut, dann werden wir das alles einmal durchgehen und ich werde das nebenbei noch erfassen in meinem Computer. Ja, so. Hier war der Name nochmal. Gut, tschüss. So, und wann ist denn das Heiratsdatum? Also, bis dahin sollte der Junggesellen-Abschied stattfinden. Ja. Das ist gut, dass das noch so weit in der Zukunft ist, ähm, weil man natürlich, ja, teilweise, je nachdem, was für einen Junggesellen-Abschied man plant, ähm, ja, bis zu drei, bis vier Wochen vorher einplanen sollte. Also, also, vor der Hochzeit, ähm, damit man sich vielleicht auch mal von dem Junggesellen-Abschied erholen kann. Gut. Und einfach generell noch ein bisschen Zeit hat, die Hochzeit in Ruhe zu Ende zu planen und die letzten Final-Touches noch zu setzen. So, also, ähm, dann würde ich vorschlagen, oder wir gehen das jetzt einmal durch und du sagst mir einfach, ob du dir das so vorstellen könntest oder nicht. Ja? Super. So, Gästeliste. Was haben wir da geplant? Und? Hast du eine Vorstellung, wie viele Personen ungefähr kommen sollen? Hat du auch so viele? Aha. Okay. Und dabei nehmen wir auch eine ganz klassische Geschlechtertrennung vor. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, musst du natürlich nicht machen. Aber, ähm, es ist halt typisch für einen Abschied, ähm, dass man das nach Geschlechtern trennt, ja. Okay. So. Okay. Okay. Gut. Ähm, was ich dir auch vorschlagen würde, da wir jetzt natürlich keinen Termin wirklich versetzen können, einfach so, bevor wir die Gäste natürlich gefragt haben, ähm, schlage ich vor, dass wir eine Doodle-Umfrage erstellen. Und dann mit, sagen wir, drei bis vier verschiedenen Terminen, wo die Gäste sich dann einfach, ähm, dort einen aussuchen können. Okay. Und der Termin, ja, mit den meisten Klicks, der wird es dann, so ist es, glaube ich, für alle am besten. Ja. Okay. Okay. Jetzt machen wir eine Abstimmung. Welche Termine kommen denn in Frage? Die 23. Ja. Ja. Welche noch? Ja. Okay. Okay. Perfekt. Dann werde ich das für dich übernehmen. Du brauchst dir da keine Gedanken drum machen. Gut. So, dann zu den, äh, Outfits. Ähm, hast du da vielleicht, ähm, ja, etwas, was auf keinen Fall sein darf? Also, was dir überhaupt nicht gefällt, wo du jetzt schon sagst, nee, das möchte ich definitiv nicht. Ja. Sicher. Das ist natürlich sehr typisch, ja. Ja. Also, diese kitschigen Team Bright T-Shirts und, ja. Okay. Dann werde ich das auch hier so erfassen. Okay. So. Ähm, jetzt ist halt die Frage, die entscheidende Frage, wo findet der Abschied überhaupt statt? Ähm, es gibt nämlich, ja, generell zwei Möglichkeiten. Ähm, bei sich zu Hause oder halt in einer anderen Stadt, wenn nicht sogar Land. Ähm, bei sich zu Hause ist halt natürlich der Vorteil, dass die Kosten wirklich überschaubar bleiben. Ähm, und die Gäste, die vielleicht, ähm, ja, aus der Umgebung können auch direkt bei sich übernachten oder bei dir übernachten. Also wären Schlafplätze, ähm, schon mal, ja, außer Frage. Im besten Falle. Ähm, und, ja, das Ding ist halt, dass so eine Junggesellenabschied-Party zu Hause relativ und spektakulär ausfallen kann. Also es hängt immer von der Person zusammen. Ähm, oder von, von den Gästen. Es hängt immer von den Gästen ab. Ähm, ja, wie die halt so drauf sind. Aber wenn ich aus Erfahrung sprechen soll, dann, ähm, kann ich sagen, dass, ja, Partys zu Hause meistens relativ unspektakulär ausfallen. Und man sich mit ihr wegdenkt, dass man vielleicht hätte doch etwas Aufregenderes machen können. Ähm, ja, also wenn deine Freunde sehr kreativ sind und generell, ähm, ja, einfach lustig drauf, dann kann so ein Abend mindestens genauso schön sein wie, ähm, ein Abschied aus der Stadt und außerhalb der Stadt. So meine ich das. Ähm, ja, was aber natürlich auch schön wäre, ist natürlich, ähm, den Abschied in einer anderen Stadt, ähm, zu machen. Das ist halt einfach aufregender, kann aber auch vieles schiefgehen. Definitiv, ja. Okay, ich halte das jetzt schon mal fest. Ähm, ja, also das möchtest du auf jeden Fall nicht. Okay. Okay. Ja, es gibt sogar wirklich gute Hotels, die, ähm, Junggesellen in Abschied planen und diese auch, ähm, ja, veranstalten. Können wir gleich mal weiter schauen. So. Und welche Stadt kommt gar nicht in Frage? Ja, okay. Gut. Ähm, wenn du magst, können wir schon rübergehen zu dem nächsten Schritt. Ähm, so bevor wir weitermachen, würde ich gerne zusammen mit dir ausfinden, herausfinden, herausfinden, ähm, was für ein Brautyp du bist. Ähm, das weißt du nicht, genau. Ich werde dir deswegen ein bisschen Inspiration geben. Also generell unterscheiden wir sechs verschiedene Brautypen. Ähm, wir haben die Partyqueen, die klassische, die Beautyqueen, die gemütliche, die Weltbummlerin und zum Schluss, ja, die stylische und vielleicht fühlst du dich jetzt zu einem, ja, Stereotypen hingezogen. Ähm, oder du hast noch gar keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Das ist kein Problem. Okay. Wir werden, ähm, wir werden schon rausfinden, welchen Brautyp du bist. Ähm, wenn wir von der Partyqueen sprechen, dann sprechen wir von einer Braut, die, ja, ihren, oder die generell gerne tanzt, wilde Partys feiert, ähm, auch mal gerne die ganze Nacht durchmacht. Ähm, und ja, das könnte man zum Beispiel gut auch als ein Junggesellenabschied genauso machen. Ähm, sagen wir mal, man trinkt Feuercocktails irgendwo in einer fancy Bar, ähm, man geht essen und danach feiert man in den angesagtesten Clubs der Stadt. Ähm, es ist halt eine Party. So eine typische Party. So eine typische Party. Und man kann sich dann natürlich auch besonders fancy anziehen. Das bietet sich ja gut an. Okay, was sagst du dazu? Okay, das gefällt dir schon mal. Aber, was würdest du daran verhindern? Ja? Okay. So. Wenn wir von der klassischen Braut ausgehen, dann sprechen wir von einem Junggesellenabschied mit allem drum und dran. Das heißt, T-Shirts bitte, ähm, betrocken mit kitschigen Sprüchen, wie vorhin schon erwähnt. Das magst du nicht genau. Ähm, vielleicht sich verkleiden oder so einen Bauchladen für die Braut basteln und dann einfach um die Häuser ziehen und Spaß haben und ein bisschen was trinken. Ja. Ja. Ähm, oder vielleicht auf eine Striptease-Party gehen. Okay. Das halte ich dann direkt schon mal fest. Ähm, also es ist einmal die, ähm, ländliche klassische Braut und die, ähm, City klassische Braut, sozusagen die zwei Typen. Okay. Dann haben wir die Beauty-Queen. Ähm, wenn du eine Beauty-Queen bist, dann musst du eigentlich einen Spa-Urlaub, Spa-Wochenende machen, ähm, wo du dich dann mit deinen Freundinnen komplett, ähm, verwöhnst, die Seele baumeln lässt, ähm, und dich einfach, wenn die Hochzeit doch schon zeitnah ist, dich für die Hochzeit auch schon frisch machen, ähm, und dich einfach, ja, wie soll ich sagen, dafür vorbereiten. Einfach die Seele baumeln lassen, ja. Also das ist natürlich genau das Gegenteil von der klassischen Braut. Okay. Okay. Viele Fällen mittlerweile doch schon, ähm, so einen Abschied, weil es einfach, wenn man sich einfach was Gutes tut, wenn man, ähm, ja, für ein Wochenende irgendwo hinfährt, oder vielleicht auch ein Tag nur, es muss ja kein Wochenende sein, und dann investiert man das Geld auch nicht für Alkohol, sondern für sich, für sein Wohlbefinden. Deswegen wählen viele Bräute, ähm, diesen Junggesellnenabschied aus, ja. Dann haben wir die gemütliche, das ist sozusagen die günstigere Variante, äh, von der Beauty Queen, ähm, Da könntest du zum Beispiel einfach mit deinen Freundinnen zu Hause vor dem Fernseher chillen und den einen Liebesfilm nach dem anderen schauen. Ähm, ihr könnt euch einfach Snacks holen, Snacks selber packen, herstellen, machen, was auch immer. Und im Großen und Ganzen kann es auch ein sehr erfolgreicher Junggesellnenabschied werden. Ähm, ihr könnt es zum Beispiel mit einer Pyjama-Party kombinieren, oder, ähm, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es gibt wirklich gute Filme für so einen Abend, wie zum Beispiel, ähm, Bright Wars oder vier Hochzeiten und ein Todesfall. Oder verliebt in die Braut gibt es auch. Ähm, ja, einfach den ganzen Abend quatschen, lachen, vielleicht auch weinen. Auf jeden Fall ein sehr persönlicher Junggesellnenabschied. Ähm, ja, es kann, es kann schon ein bisschen langweilig werden. Die Gefahr ist da, aber wenn du deine Clique kennst, wenn du weißt, dass wenn ihr euch trefft, trefft, ähm, es immer richtig zur Sache geht. Und ihr am Ende des Abends, ja, alle so viel Spaß habt, dann, ähm, ist es die beste Variante. Wenn man den Geldbeutel schonen möchte, ja, musst du mir, musst du mir sagen, wie du das findest. Ok. Generell bist du der Idee nicht abgeneigt, ja. Ja. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Man wünscht sich schon was Besonderes für diesen Abend, ja. Genau, genau. So, zwei Brauttypen bleiben uns noch übrig. Und zwar die Weltbummlerin. Ich weiß nicht. Reist du denn gerne? Und wie fändest du es, wenn du zum Beispiel für ein Wochenende, ja, ins Meer fährst? In die Berge? Okay. Oder vielleicht auch einfach in einer Metropole? Okay. Wenn man so einen Junggesellenabschied macht, dann wird einem auf jeden Fall nicht langweilig. Man kann zum Beispiel am Meer relaxen, eine Sightseeing-Tour machen, wandern, was auch immer man möchte. Und das muss auch gar nicht teuer sein. Es gibt wirklich gute Last-Minute-Angebote. Von daher machen wir da auf jeden Fall auch mal ein Kreuz. Welche Städte würden denn in Frage kommen? So, da war ich auch schon mal. Okay. Das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Okay. So, jetzt kommen wir zu der stylischen Braut. Das ist momentan, ja, einfach nur auch durch Social Media sehr, sehr populär geworden in Deutschland. Weil die Amerikaner, ja, das auch so machen. Und zwar nennt sich das Bridal Schauer. Also eine Brautdusche. Das ist sozusagen die elegante Variante der klassischen Braut. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel keine wilde Party vorstellen möchte, aber dennoch vernünftig feiern möchte, ist das eine gute, gute Wahl. Die Freundinnen veranstalten einen stilvollen Nachmittag mit ganz vielen verschiedenen Gepäcken. Zum Beispiel leckeren Cupcakes, Macarons oder Cakepops. Und das Ganze wird auf so einem Sweet Table serviert. Und jeder kann sich dann was davon nehmen, ist ja klar. Ähm, ja. Ist momentan auch sehr, sehr beliebt. Dann werde ich hier auch schon mal ein Kreuzchen setzen. Gibt es denn etwas, wogegen du alergisch bist oder eine deiner Freundinnen? Nüsse lassen wir schon mal raus. Und man weiß ja nie. Dann doch lieber, ja. Doch lieber rauslassen. Okay. So. Von meiner Seite aus Hätte ich dann alles gegeben. Ähm, ich hab dir jetzt ein paar Möglichkeiten vorgeschlagen für eine Party, eine erfolgreiche Party. Jetzt ist es natürlich in deiner Hand, für welche du dich letztendlich entscheidest. Aber, im Endeffekt, jede Party, jede Junggesellenabschiedsparty ist eine gute Junggesellenabschiedsparty. Das heißt, es gibt kein richtig oder falsch. Im Endeffekt, ähm, im Endeffekt kann man wirklich aus jeder Variante eine wunderbare Veranstaltung machen, solange man mit den richtigen Leuten ist. Also, überlege es dir einfach und melde dich nochmal bei mir, wenn du soweit bist. Hättest du denn ansonsten noch Fragen offen, die ich dir beantworten kann? Erstmal nicht. Okay. Super. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, melde dich, wenn du Fragen hast, ja? Okay. Gut. Bis dann.